Wir sind in Russland seit 7 Jahren. Ich lebte in Gluchow. 2-3 Jahre war ein Pogrom in Gluchow. Es gab die Kozakken. Und wir waren in den Häusern, drei Kozakken, und der Pferd war so hoch. Und alle Männer haben sie gehacken, haben die Männer von unserer Häusern einen Ruf auf den Öttag, und mit der Häusern gab es den Trepp. Aber sie wissen noch nicht mehr. Sechs Tage sind noch gelangene Männer. Und hinter der Häusern war ein größer Feld, und dort gehackten sie. So haben sie gehackt, das haben wir 60 Prozent verstanden. und am Ruf, am Ruf, am Ruf mit der Häusern, und am Ruf mit der Häusern, die haben sie gewonnen, die haben alle kleine Kinder. Ich denke, Sachen. Ich denke, dass sie nicht so gut sind. Ich denke, dass sie nicht so gut sind. Papa ist nicht so gut sind. Und erstens nicht mehr als Sache. Und in der Nacht, wenn sie schreit, wenn sie nicht so gut sind, wir werden in der Halligen. Und wir haben noch eine andere Häusern. Sie sind in der Häusern, und sie haben auch noch richtig nachher Häusern. weil sie nicht mehr als Schöckler. Sie sind als Schöckler, dass sie uns unter der Häusern übernommen haben. Und wir wollten nicht mehr als Schöckleren nicht mehr. Ich persönlich hatte das mit der Häusern. Die Häusern für eine Häusern übernommen. Vielen Dank.